Auch in Zeiten von Facebook und E-Mail sind Briefe und Pakete in Deutschland noch immer eine Bank. Alleine 60 Millionen Briefe verschicken wir täglich und alle werden von Artikel 10 Grundgesetz geschützt, dem Post- und Fernmeldegeheimnis. Das bedeutet, der Bote hat dafür zu sorgen, dass die ganze Post ungeöffnet beim Empfänger ankommt. Außerdem darf er, auch wenn er es in der Adresszeile gelesen hat, nicht darüber sprechen, wer wem etwas geschickt hat. Bei elektronischen Mails ist das genauso. Streng genommen ist schon der kurze Blick im Café auf das Handy eines anderen nicht erlaubt. Aber wie immer gilt, wo kein Kläger, da kein Richter. Auch die Polizei darf nicht einfach Handys oder die Post überwachen oder deren Herausgabe fordern. Dazu braucht sie das Einverständnis eines Richters und einen dringenden Grund. Hat sie dies nicht, kann man die Herausgabe verweigern. wollender Untertitelung